Das ist eine Bauchmaschine für eure vordere Bauchmuskulatur. Ihr beginnt wieder damit, euch hier in dieses Gerät einzusetzen. Ihr habt hier wieder eine rote Markierung an diesem Gerät. Das zeigt euch hier dann auch auf den Bildern. Ihr seht jetzt auf dem Video nicht so gut. Aber es zeigt an, dass die rote Markierung auf Bauchladenmühlen etwas sein soll. Ich denke, das passt auch schon ganz gut. Ihr greift hier hinten an diese Griffe und legt die Ellbogen an den Polzern ab. Also nicht nur nach außen weg, sondern wirklich die Ellbogen gegen die Polzertur. Dann bewegt ihr den Oberkörper nach unten und zieht gleichzeitig die Beine nach oben. Langsam absetzen. Wenn es euch nicht möglich ist, hier langsam abzulegen, dann ist das Gewicht wieder zu hoch. Das bedeutet dann einfach weniger Gewicht nehmen. ... ... Vielen Dank.